Das war jetzt die Balkonverankerung. Das ist die Ecke dazu und darunter ist Bewegung in den Fugen und so. Da ist ja auch noch eine Verankerung drin. Das ist wirklich sehr heiß. Dann müssen wir zusammen. Das ist die Ecke dazu. Das ist die Ecke dazu. Das ist die Ecke dazu.